Aufnahme läuft, Deck 10.002 Und hat er die Schlüsselkarte dabei gehabt, der Neger. Der hat sie dabei, aber ich muss ihn erst mal kriegen wieder. Ich verstecke dabei die Leiche. Ja, hm. Und nun? Kommst du wieder zu mir, pass auf, dass du dich nicht sehen lässt und nimmst auch die Leiche hier mit. Okay. Wo bist du? Immer gucken, wo du meinen Umriss siehst. Ja, ja, das ist mir schon klar. Gut, dann komm da hin. Wo warst du richtig? Läufe ich jetzt richtig? Nein, ich laufe nicht richtig. Da bist du. Ja, du schaust uns da ein Stück höher zu sein, irgendwie. Richtig, da reinlaufen? Ja. Jo. Komm, perfekt. Gut. Dir, und aufpassen wieder. Hab sie. Die Negerleich. Kommt auf den Leichenstapel. Okay, was denn du? Moment. Ha. Moment. Moment. Ja, immer ja nix. Wir brauchen einen guten Manager, aber sonst. nicht. Eine Kamera ist tot. Ich weiß. Zeug. Ich wache. man sich beim Geldautomat und der Typ, dem die Bank gehört, der läuft da rum. Steht jetzt neben am Kopf am Fenster. Der kommt jetzt gleich raus. Hä? Nein, auch nicht. Ja, der läuft jetzt doch hinten. Ja, jetzt ist er da bei dem Fenster, bei dem Schreibtisch. Der Kopf steht beim Coolautomat. Jetzt geht der Typ, der in die Bank gehört, steht jetzt vor dem Regal, in einem Raum, wo der Coolautomat ist, in den Gang, mit dem Rücken zu der Tür, wo du warst, vorhin mit dem Gewehr. Ich muss rauskommen, ich kann nichts drin für's nehmen. Ja, jetzt geht er raus, glaube ich. Ich glaube, der ist rausgehalten, der Fettsack. Nö, ich seh'n. Naja. Wie gehen wir vor? Das gleiche nochmal, aber erst will ich den Typen da töten, äh, festnehmen und dann den anderen Kopf noch töten. Du kommst von der anderen Seite, von mir aus, äh, tötest du oder fesselst die ganzen Cops, äh, die ganzen Leute. Und dass wieder keiner am Panikknopf rankommen. Okay, wenn du auf die anderen Panikknöpfe aufpasst. Das wird gleich diese von allen sein. Ja, passt, ich geh jetzt zu dem Rauben hin. Noch nicht. Okay. Wir haben nur noch keine Karte. Ja, ich glaube, der ist mir gerade. Ach, ich glaube, der ist mir gerade. Wo ist die Pfeife? Ja. Keine Gäste. Und scheine. Ja, okay. Den Rauben nicht ganz sind. Wir haben es gleich wieder. Siehst du ihn? Was machst du jetzt? Den Kopf. Wo ist der Kopf? Der ist da vor dem Fenster. Fack, 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 fack. Habe ich denn? Ich... Silber, wir haben es wieder. Hm? Was aber? Du kannst uns hinstellen. Ja, aber der Kopf bewegt sich gerade. Macht nichts. Kannst nicht schnell kommen. Okay. Alle umholzen, oder? Ähm... Wenn du... Wenn du vor der Tür schießt, sag Bescheid, okay? Stell vor der Tür. Und dann weißt du, was abgeht. Wenn du den Kopf zuerst ziehst, erschieß ihn. Und sag mir Bescheid. Ja. Bist du bereit? Warten. 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 Willst du den nicht notieren? Ja, ist die drin. Jetzt hat die aber wer gesagt. Kappelstust. Töten, 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 alles töten. Nein, ich beantworte seinen Anruf. Gut zu, gut zu, gut zu, gut zu, gut zu. Haben wir gefesselt. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Hier ist einer. Da drüben. Fesseln. Fast. Hohre anlegen. Los. Hohre. So. Jetzt ist es warten. Sollen wir die Leiche in Auge behalten wegen einem Pager? Brauchst niemand mehr in Auge behalten. Das war es. Haben es geschafft. Ist schon alles weggelöhnt. Kack, holen wir da. Siehste, alle guten Dinge sind 10.003. Siehste. Wie heißt die Tasten mit den zwei Pfeilen, die Anderischen zeigen? Shift oder war das die Schiff-Taste? Shift-Taste ist der eine Pfeil, der nach oben zeigt. Ne, die eine der nach links und andere nach rechts zeigt. Dem Pfeil meine ich. Was ist das was? Aha. Ah, das ist der Tabulator. Was ist damit? Ey, da ist ein Aufzeichen. Danke. Schau mal drauf. Ja und? Was ist da? Das ist das Missionsmenü, oder? Ja, ich schätze immer, dass das das ist. Oh oh. Gut, okay. Siehst du da Level up in möglicher XP? Ich kann jetzt nicht. Warum nicht? Jetzt. Ja, ich hab den. So, ja. Oh, lalalala. Wo soll das stehen? Fragtraum, sofort Bargeld, gesicherte Beute, Maus, Jutz, okay. Ja, sofort Bargeld und dann steht da irgendwo Level up in und da hast du eine Levelzahl bei dir. Ja. Na st- Also da da Level up in 1289 möglich, XP bei Abschluss 4875. Na mal gucken. Aber arschgeil, dass das so funktioniert. Ja, ist trotzdem nervig. Ohne Easy M ist das nervig. Ja, da muss ich ja mal Ghosts auch machen. Ghost. Fürs nächste Mal. Ich seh meine Maus. Ach komm. Pack doch dann schon. Ach du Ficken. Alter. Mach's schon. Ja, bei dem geht sie öfters kaputt, ha? Wenn man Ghosts macht. Ist ja auch deine. Hey, den hab ich selber zusammengeklebt. Deiner aus. Sprühdusen. Ich wollte nur mal deutsche Wertarbeit zeigen, wenn wir arbeiten. Ja. Für den Arsch, ne? Ja. Der wird ja gar nicht kaputt gehen. Der wird ja gar nicht kaputt gehen. Der wird ja gar nicht kaputt gehen. Deutsche Wertarbeit gibt's immer. Wird auch nur mehr vom Polen gemacht. Ja, da verkaufen sie euchs wieder. Richtig. Erst klären sie es mir, dann verkaufen sie es mir wieder. Heute gestohlen morgen im Pool. Hör der Scheiße. Hier steht. Denk. Denk immer an die Mahnung, mit dem Müll nicht sparsam sein. Wo steht denn das? Am Bohrer. Haha, echt? Es ist nur Spaß. Wo steht das? Das war nur Spaß, das steht eh nicht drauf. Ich dachte schon. Und jetzt schmeiße ich eine Handgranate, was glaubst du ist da, okay? Mach doch. Na, bist du arg, will nix verhauen. Dann verhau ich dich, komm ich extra nach Österreich, nur nix verhauen. Ja, da kriegst du mal ein Waldvieler Faustwatschen, da dratzt die Einwitterin. Ach du, du hast doch nix drauf. Wir spalten, wir spalten Bäume noch mit der Axt. Machst du mit der Hand, oder was? Ich mach so mit der Handfläche. Zack, einmal groß, fertig. Das zeig's mir bitte, ich schneid ein Stück Eiche ab, und das zeig's mir, wie's das macht. Mit Durchmesser von 70 cm, hau drauf. Ja, locker, mach so richtig. Ja, mit der linken Arschmack, ne? Natürlich. 26 Sekunden, hau. Jo, Felix. Nur, nur mit nem Penis. Ne. Da brauchst du keine Arbeit. Da geh da hin. Und das schei'n da hin, ne? Da brauchst du keine Arbeit damit. Klotz, klotz. Ja. Mit seinem Penis schnitt der Schimpf. Ja, die haben irgendwie ne Form von der Vagina. Oh Gott, können ja Tränen lachen. Ja, mach auf den Fonds. Warum geht das nix? Ja, es hat deutsche, äh, österreichische Arbeit. Ja, anscheinend. Ja, die Panzertür vielleicht. Turkise Mumu. Hey, komm doch jetzt. Ja, haste. Was dauert jetzt mindestens 10 Minuten, wenn wir alles aufhaben? Ja, da könnt man eigentlich die Teile auch aufmachen, oder? Die Schließfächer, oder ist da nix drin? Mach ma. Du schaffst schon mal das Geld zum Auto, und dann machen wir hier alles auf, ok? Ok, warte mal, mach ma mal auf alles. Alles reinwursten in die Säcke. Das wär schön in echt, Alter. So ein Paletten-Coole. Boah. Wenn ich da denke, bevor es Prestige 1 war... Ich glaub, da würd ich... Ich glaub, da würd ich... Ich glaub, da würd ich... ...200 Milliarden aufm Offshore-Konto, und hatte über 20 Millionen, äh... ...über 20 Millionen auf meinem normalen Konto gehabt. Dann ist das echt, gell du, hallo der wohl. Aber... Alter, ich glaub, ich würd in der ersten Woche im Puff sterben. Ja, ich würd in meinem Herzenfock sterben. Was? Du würd in meinem Herzenfock sterben, weißt du, gell? Ja, du... Ich würd in mir echt so ne riesengroße Wanne machen, und dann würd ich da reinspringen. Wie da... Wie da... Wie da... Alter. Ich würd... Ich würd mir 100 Nutten besorgen oder stage-dive machen. Ich würd in dir auch 100 Nutten geben, mein Freund. Äh... Auch nicht richtig schön. Was? Du, ab 80... Ab 80 bekommst du bei mir. Haha. 80-jährige Ungarn... Ey, du, ich schenk... Ich... Ich schenk dir zu Geburt nach 80, heiß in Mitten im Alter von 80 bis 90. Yay! Ja, die haben's drauf, Alter, wenn die noch Parkinson haben, Alter. Die schleudern da an, Alter, ohne dass sie's wollen. Ich würd mir keine 8-Jährige holen oder so, weil die verlangern das Doppelte, weil's keine Zähne mehr im Maul haben. Ja, da weißt du ja... So richtig... Da wird ein wenig so richtig abgeschlabbert, Alter. Sich ja... Da tropft's auf der Seite runter. Gino... Ja, ganz Gino... Und das war alles auf ein YouTube-Video, wie nice ist das? Ja, Mann. Hilfe, ich will nicht mehr. Genau, und tschüss. Ich mach jetzt... Ich brech den Auftrag ab. Na, bis behindert. Das würd's, glaube ich, nicht machen. Nee, wenn ich jetzt nach Rau... Wenn ich jetzt rausfliege, fliegst du auch raus. Wir sind 80, halt und knackig. Und am besten sind wir knackig. Hier. Handig. Abgeranzt. Alter, ich schaff da grad Melonen in den Wagen. Millionen. Millionen, Millionen, Millionen. Alter, du könntest da weil die Scheiße aufknacken, du Bempf. Da weil du da schwul in der Ecke rumlern willst. Ich mach's ja auch auf. Und ist was drin auch? Ja, bisschen Geld ist immer. Tonne. Alter, ich schlepp mich da zum Affen. Aber in echt wird's mehr Spaß machen, sich da abzurackern. Ich glaub, da wirst du dich freuen, wenn du das so oftest, wenn du da jeden die... Ich glaub, da wird's laufen. Du würdest mich ja schießen. Da wird's laufen. Da wird's laufen. Aber ich würd' mir mal ein Chiropraktiker nach der ganzen Schufterei holen. Oh, und noch ne gelte Tasche für dich. Alter, mit wem rede ich denn in Acapulco, wenn du tot bist? Naja, ich könnt' ja deinen Kopf abschneiden und so wie in Custoway. Da wirst du... Natürlich kennst du das. Natürlich kennst du das. Wie beim Wurzeln ist der... Ich könnt' dich ja da aufbohren lassen und kurz bevor es aufgeht, könnt' ich dir ja die Kugel in den Kopf schießen und dann hätte ich das ganze Geld noch nicht. Ach ne, dann müsst' ich ja alles alleine schleppen. Ja, aber mit meinem letzten Atemzug schieß' ich da nur in die Nüsse, damit's nix davor ist. Klar, wenn ich dir in den Kopf schieße, kannst du... Ja, sicher. Ich komm' zurück und mach' dich einfach tot, weißt du? Ich steh' auf und sag' einfach netter Versuch, kleiner Ficker. Da werden meine Wunden halt wie beim Wolverine und da trete ich dir in die Eier. Und dann fällt'n dir um, oder was? 5000, Alter. Wenn das nicht extra Punkte gibt... Ich mach' einfach alles leer. Ich mach' immer mal alles leer. Ah, ich hab' die Hüschen deiner Marc gefunden. Vorne gelb in blau... Meine Ölpizze würde ich... Ja, okay. Ja, tut mir leid. Danke. Danke. Aber da waren Hüschen. Wo guckst du rein? In's Schlüsselloch. Wo sind die Hüschen? Na, woher kannst du? Ich kenn' jeden verpackten Scheiß-Gegenständnis in diesen Leuten. Na, es war Schmuck. Es war Schmuck. Es war Schmuck. Es waren keine Hüschen. Aber da war nüscht drin. Ich kenn' nicht mehr Hüschen. Ich wollte vielleicht im Bett sein. Ich wollte schon meine guten Nachtgeschichten mir vorlesen lassen. Hm, hast du schon Kakaochier entgekommen, ne? Heiße Schokolade. Oh, Kakao ist so lecker. Geht's morgen wieder. Mit Schuss. Vorher werden wir morgen auch wieder in der Fall. Ja, voll. Ander russische... Ander russische Kakao. Ja, das ist ja russisch. Ich geb' nur ordentlich Wodka. Drei Viertel Alkohol und ein Viertel Kakao. Das hab' ich mal in Köln erlebt. Da war ich mit zwei, drei Kollegen auf dem Weihnachtsmarkt in Köln. Alter, da hast Schlagseite. Alter. Alter, sag' ich dir. Ich wollte immer so, äh, so'n Kakao mit Schuss. Sag' dir mir, wir's wüssten für einer. Aber der gut oder der wenig aussieht, ist mich halt eigentlich gut aus. Dann zeigt ihm mir die leere Tasse, haut da drei Viertel wirklich Alkohol rein. Alter, ich hab' Gold gefunden. Fick dich. Hm? Ich hab' Gold gefunden. Goldbarn. Ach, die Goldbarn. Ja, die kannst du dir abgeben, gleich mal. Nö, nö. Geht die ab? Aber ich kipp dich. Ach, das mach' ich am besten. Na, heut's mal, warum soll ich da die Goldbarn abgeben? Weil du die teilen musst mit deinem Kollegen? Ja, das wird ja eh am Schluss gemacht. Ich hab' ein Buch gefunden. Nein, du machst das jetzt überhaupt aus. Deine Name ist Hure. Na, Uhr nicht. Ich werd's finden, darf's mir halten. Die nächsten kriegst du. Ich kann's ja gleich ins Auto schmeißen, oder? Außerdem hab' ich geguckt, da waren keine Goldbarn. Da ist auch nix. Okay, da war's ja mal. Ja, das war der Goldbarn da. Ja, das war der Goldbarn da. Was hast du denn auf dem Rücken, wenn ich fragen darf? Hä? Was hast du denn auf dem Rücken? Äh, das ist ja wem mal. Ein Pickel. Ich weiß, was ich im Rücken hab. Soll ich dich mal kriegen, dann weiß ich's. Na, du magst gar nix. Ich mach all die 121. Ja. Ne, du wirst ja mal in Köln, hab ich da wirklich sehr... Hat er mir das Ding da rein geschenkt? Ich hab' das gezogen. Alter Verwalter, ich war in meinem Leben noch nie so rabbelvoll nach 3 Kaka-Kamitschuss. Sag ich dir. Ja, das kann schon ausblenden. Selbst wegen nem Zucker überhaupt. Das fegelt auch alles. Wegen nem Milch auch schon. Ja. Aber nem Milch schon rein. Da musst du aber am White Russian trinken. Was ist das? Wollen Bruschen? Das ist Milch, Kalur und... Wodka. Uh, viel gut. Das... Das schmeckt aber gut. Ich trink ja immer gerne lieber Pina Colada. Ja, weh. Waren dann die Killer Sunrise, der ist geiler. Alter, wer tut Fotos und Briefe in ner Schließfach, halt. Wer Geld hat? Ja, aber alter. Ich hasse das. Jetzt freust du mir ne Säge. Und wieder Schmuck. Dann gib ma. Geh ma. Ab, wir machen alles auf. Okay. Wenn wir schon dabei sind, sonst hat man eh nie die Zeit alles aufmachen. Es müssten mindestens noch drei Taschen hier drin liegen. Und wieder Schmuck. Wer hätt sie glaubt. So, da is'n mal. Es könnte auch Boots noch ne sein. Hä? Du könnt ja auch Boots noch nehmen. So n' so'n Ring. Ja, ja. Oder gar nix. So wie vorher. Ja. Da is'n Hitlerorden drin. Das kenn ich auf dem Band. Ja, da. Das ist Steinerseits an das Kreuz. Katarbein, Katarbaum. Katarbein, Katarbaum. Wieder zu Behindertenfotos, Alter. Ja, naja. Na, mach dich mal. Da is'n Ring drin. Auf jeden! Wir lassen nichts lieben, außer die Schwulenfotos da da und oben ist Schlepper. Geil, 10.000. Alter, so viel Kohle möchte ich ja mal haben. Auf einen Schlag und... Wieder ein Ring. Jetzt machen wir mal Uwe auf. Mal schauen, ob da was raus springt. Und... Wieder ein schwuler Ring. Ah, da unten ist auch nur eins. Haha. Findest du nix? Tut halt nicht. Ja. 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 Alter, das dauerte alle aufmachen. Tja. Wurzt aber nicht viel cool, ey. Ja. Du Wiele. Ach, Geld. Ja. Wie der Nazi-Ohren. Hast du jetzt was... Hä? Dann nimm... Ja, die kannst du nicht mitnehmen. Ich weiß. Münzen... Ja, das ist... ... ... ... ... ... Und wieder 10.000 Und wieder 10.000 5.000 Wieder der Orden So Vielleicht bringt es ja eher wie Rubine Optimistisch Nicht wirklich Ah Du Miese Ja bin ich Ja bin ich Ja bin ich Suchst du überhaupt noch? Nein Ich guck dir zu gerade von hinten Die haben wir schon gedacht Dann kriegst du unsere schöne Bunkerstelle drauf wenn du dich nicht benimmst Nein Ich glaube Das ist eher Ihr habt Nazi-Orden gefunden Ere für Rommel Ja Ich komm gleich echt rüber nach Österreich und gib dir eine Bunkerstelle Mein Freund Ein Ring Ich hab einen Ring Ring auf meine Eier Ja Das schmiert mich ein und das tut mir irgendwie Das macht mich geil Und macht mich heiler Und macht mich heiler Ringelt mich heiler Stärke Nippering in meinen Sack Ja Das bringt mich so aufgeregt Ich bin eine bewährte Sau Das sagt sogar meine Frau Das sagt sogar meine Frau Ja ich hab eine Ich hab einen Ring auf meine Eier Das schmiert mich ein und Das tut mir irgendwie Das macht mich geiler Ring auf die Eier Ring auf die Eier Ring auf die Eier Ja Das ist scheiße Ja Jawohl Mein Freund und ich Wir sind gespannt Denn gleich geht's wieder rund Mit ein wenig Gras und einer Bunk Denn Kiffen ist gesund Da war nischt Da war nischt Das schmeckt Und macht uns riesen Spaß Denn Kiffen ist gesund Auch Boris Becker Das macht Mut Ist nur auf Gras richtig gut Hehehe Ich hab viele Tische gefunden Ja wieder Fotos Puh Nachtfotos wenigstens Breitig gesichert Sind wir 30.500 Jetzt haben wir schon 10 Tauschen Einer da ist nix drin Kuh ist voll für'n Arsch Er schießt du auf mich Du Faltenknecht Ich Ich mach grad meine Seis auf Und du? Machst auch nix Jaja Ich knacke Nüsse oder was? Hehehe Hehehe Wann ich da nicht sagen Hehehe Ja Deine Mit Deine fangen wir an Hehehe Hehehe Wie kannst du nicht knacken Die Zahne Die merkt du nicht Knack dir Nüsse Knack dir Nüsse Hehehe Die Kannste raufmürgen Wie der Schlange Der Herrschalen Alter Hehehe Weißt du woher der Film Anaconda kommt? Hehehe Kennst du die Anaconda aus? Die Film Anaconda? Hm Das war mein Penis So 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 wie Tune Kennst du Tune? Der Wüstenplanet? Na Das Meiswurm Das war meiner Hehehe 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 Ja sag ich mal Das ist das Nehmt echt nachgemacht worden Warum hab ich aus meiner Vorhaut ein Portemonnaie gemacht Wenn ich dann rum über die Reisetasche Hehehe Sag Gott Ich komm mal rüber nach Deutschland mit der Schere und verpasst in eine neue Religion Ich warte dir zum Türken Nein mein Jesus Hehehe Nein mein Jesus Hehehe Wenn du mich den Türkenmaß nicht verschlagen hast du wirklich dein Leben lang Du wirst nie wieder dein Leben lang sein Hehehe Wenn du mir zum Türken machst Hehehe 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 Du wirst dein Leben nie wieder schlafen Du wirst die Integration mal andersrum erleben Hehehe 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 Wie das solche Huden Wer tut schon deppertes Scheiß, legt meinen Arsch ein Punkern, die eh nix wert sind, dann schreie ich rüber, hey du, ich will mal Kanacken kacken. Und einmal nix. Wieder depperte Fotos. Mach du andere, da brauchst du mir nicht auf dem Licht zuschauen. Schon fertig bei mir? Ja, dann mach du die neben mir. Morgenschen. Ey, 10.000. Oh, und einmal nix. Er rutscht schon ein wenig rüber. Ey, das ist ja nix. Ach so, du machst die, ich mach die, okay. Ja. Alter, 40 Minuten tüdel mal schon an dem Scheiß. Aber egal. Mach dir nicht draus. Das Video dauert erschlagen. Hey, du hast meinen Ring gemobst, du kleiner Homo. Was? Ja, ja, halt den Maul. Ja, 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 jetzt geht's ans Clown. Ne, ne, ich find's lustig. Hey, guck mal mein Blinkblink an, was ich an meinem Finger stecken hab. Ja, ja, ich kuck Ring und der trockne um mein Finger. Ha, 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 ha. Kuck Ring. Ich hab einen Ring und meine Eier. Ich schnür jetzt mich ein. Ich werd dir gerne in die Rosetta-Kirne legen. Ha, der ist meiner. Du hast ein fucking Buch gelohnt. Alter, wir liegen gleich auf. Es wird spannend. Ne, du machst das Ding keine Sorge. Äh, heh. Ne, ne. Ah, nein, und die kommt nicht hin, du Ficker. Du Lusch. Das kommt. Ja, warte mal, haben wir alles? Na, du, ich denkst an Auto. Okay, die kriegt man nicht auf, gut. Ich glaub, wie der ist, hat die ganze keine Macht. Alter, ich schlepp mich eh schon offen mit dem Scheiß. Ich darf ja noch ein Geißler schießen. Du weißt das. Ich komm, äh. Was? Alter, hör auf, du Wichser. Alter, das Auto ist gerammelt voll. Legt mich am Arsch. Los, komm, mach mal drei. Komm, sag mal. Ja. Surprise, motherfucker. Ja, Mann. Nach 41 Stunden. Ja, 14 Minuten. Sehr geil. Das Video dann einmal einschlagen. Aber wir haben gescheit Kohle geholt. Die Mühe war es wert. Fast eine Mille. Oh, ich darf. Oh, ich darf. Ja, ich darf. Cool, äh. Farbe hellblau. Gebirge und Himmel. Super, auch noch ausgefüllt. Ich hab Farbe hellblau. Suchgut.